Das Problem ist, wir haben nur einen Mikrofonständer, aber zwei Mikrofone, einmal für die Gitarre, einmal für... Aha, das ist schon. Wow, kein Problem mehr. Okay, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die noch da sind, bei den lieben Vorrednern, die super Inspiration gegeben haben. Und ja, man selber natürlich überlegt, was will ich sagen, was kann ich sagen, will ich noch was sagen? Ich glaube, nur eines, was mir noch eingefallen ist, weil wir da vom Parlament sitzen, und das habe ich von einem anderen Herrn, der auch auf der Friedenskundgebung schon gesprochen hat, und er hat gesagt, das sind nicht unsere Freunde, diese Herren im Parlament und diese Damen im Parlament sind nicht unsere Freunde. Wieso? Weil sie alle so weitermachen wollen, wie wir jetzt eben schon so lange gemacht haben, und es hat eigentlich nichts gebracht. Und wir sinken alle mit dem Schiff und denkt keiner darüber nach, anzuhalten, was Neues zu probieren. Alle haben sich so selber so lieb und schauen auf sich selber, aber für die Kinder, die verhungern, haben sie nichts über. Und darum sind das nicht unsere Freunde, mein kleiner Beitrag. Und jetzt habe ich noch ein Lied, weil zum Abschluss, dass wir auch wieder schöne Wochen vor uns haben, und in unserer Kraft sind, in unserem Bewusstsein, das positiv ausgerichtet ist, mit dem wir in positive Richtungen gehen und nicht unbedingt jetzt da die Energie an Negatives anverschwenden wollen. Das Lied hat vier Sätze, vier Strophen und vier Sätze. Es ist jeder aufgefordert mitzusingen, ihr dürft euch auf die Hände reichen, es ist ein Lied für den Frieden. Genau. Und es ist gewidmet den 90 Prozent der Palästinenser und 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung, die schon lange Frieden wollen und sich nicht mehr industrialisieren lassen wollen von diesen Kriegstreiberischen Türen. Also. Ich bin in Frieden mit mir, ich bin in Frieden mit mir. Ich bin in Frieden mit dir, ich bin in Frieden mit dir. Salam Aleikum, Salam. Salam Aleikum, 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 Sal Ich bin in Frieden mit dir, ich bin in Frieden, ich bin in Frieden mit dir. Salam aleikum, Salam. Salam aleikum, Salam. Ich bin in Frieden mit dir. 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 Ich bin in Frieden mit dir.